Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Doomination, weiterhin mit dem Xedov. Ja, richtig. Oh nein, es geht schon wieder los. So, wie ihr seht, habe ich jetzt hier noch eine Chest hingebaut. So, und dann werden wir uns mal eben ein paar Trappenstufen machen. Ich bin gerade am überlegen, wie das doch gleich ging. Aber ich meine, das ging so oder andersrum. So, mehr brauche ich auch erstmal nicht. Über ein Stack reicht. Ach, ich hasse diesen Kerl. Du! Weil du hier sämtliche Scheiße wieder anbringst. Ja, ja, ist klar, Murat. Böse Miets! So, das musste mal gesagt werden. Das ist nicht schlimm. So, und ich habe mich entschieden, dass ich hier noch eine Etage nach unten bastle, aber jetzt nicht so riesengroß wie das Haus hier selber, sondern... Ja, soll ich damit wirklich mal weitermachen? Ja, der Marvin ist leicht genervt deswegen. Weil der da drauf am warten ist, dass ich weitermache, damit er auch weitermachen kann. Ja, komm, ich räume jetzt mein Inventar leer und dann gehe ich mal ein paar unnütze Mobs jagen. Ja, das... Gnav scharf. Gnav scharf. Die Quizfrage ist, äh, wo habe ich meinen, äh, meinen Schaber? Ähm. Na ja, stimmt, du hast dir den ja genommen, ne? Äh, wo habe ich denn... Das Iron ist, glaube ich, oben von mir. Ja. Dann gehen wir nochmal eben hoch. Die Leiter ist, äh, die Treppe ist noch nicht fertig, so wie sie hier steht. Keine Sorge. Komm. Ja, ich weiß. Das wird echt... Das ist und bleibt der Running Gag schlechthin, ey. Wohl unserio ist, ey, Menü und so, ey. Wieso? Iron. Hier. Was der Ding, ey, was der Ding, ey, was der Ding, ey, was der Ding. Du bist ein Zauberer, Harry. Boah, Junge. Also, den wollte ich ja sowieso, den Statue-Summer wollte ich ja sowieso nochmal haben. Und wie ging der andere die... Nee, so? Äh. Ja, ist, glaube ich, besser. Äh, hä, 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 hä. Nein. Wo ist er denn? Hier ist er. Ach! Ich verstehe das nicht, dass ich mir das selber geben kann. Habe ich denn vielleicht auf Cheat-Mode stehen hier? Aber selbst dann dürfte das ja nicht gehen. Rezept-Modus. So. Nee, ich hatte auf Cheat-Mode stehen. Ja, ich bin noch OP. Okay. Und wann? Ja. Und seitdem habe ich dir gerade eben schon mal gesagt, dass ich, äh... Bin ich denn total bescheuert? Ach, die... Ja, die Steinwerkzeuge. Okay. Äh, die habe ich... Da ist ja schmarrt. Muss ich jetzt ernsthaft nochmal in die Bude zurück? Ja. Ja. Komm, ich nehme das Ding, das ich mir da gerade erdingensbummens geklickt, bummst habe. Ob ich jetzt in die alte Bude renne und mir den, äh, mir da die zwei Werkstücke hol, die da drin sind, oder wenn ich den Schaber jetzt so nehme. Das ist jetzt auch noch Wayne, so. Und ich mache mir hier noch eine Truhe hin. Das sind mir hier definitiv zu wenig Truhen, ey. So. Sprach der Flo. So, und hier noch eben welche hin. So. Das brauche ich jetzt alles nicht. Das brauche ich nicht, das nicht. Das Dierschwert nämlich mal mit und das brauche ich alles nicht. Und jetzt gehen wir mal auf Hautfetzenjagd. Nämlich gehen wir zu, wie der Knarff schon gesagt hat. Gehen wir eben zu den Schafen. Dann holen wir uns jede Menge Zellen, die wir uns erst noch holen müssen. Und dann muss ich gucken, wie der... Ja, bla, die wir uns noch basteln müssen. Ja. So, einmal kann ich noch so. Und wieder zurück. Zurück in die Bude. Ja, das sind jetzt alles Hautschuppen von den Tieren, aber das habe ich euch, glaube ich, mit dem... Mit dem Analyser habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Wie das funktioniert. So, wieder zurück. Geballte Technik und Umweltzerstörung. Richtig. So, einmal legen wir uns die Zellen noch weg, denn ich brauche die Kohle. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich den Kohleblock hingetan habe, der ist mit Sicherheit unten. Die Kohleblöcke, das ist nämlich ein bisschen einfacher dann. So. Oh, hier sind sie auch. Dann nehme ich nämlich die mit. Ja. Mit einer Urban. Und der Sachsen-Paule. So, dann legen wir mal eins da rein. Und dann wird hier erstmal analysiert. So, wie ging die Overclocker doch gleich? Eine Uhr brauche ich. Dafür brauche ich Redstone. Redstone und Gold. Gold habe ich hier. Redstone habe ich, glaube ich, nichts hier. Gold. Redstone habe ich nicht hier. Habe ich gar keinen Redstone hier. Bring ich mir mal Redstone. Wo ist denn das alles? Alter. Das ganze Redstone, was ich dir gebracht habe. Gucken, ob zu Hause. Ja, ich brauche nicht viel, so. Zehn. Zehn Redstone nur. So, dann schauen wir hier nochmal, ob hier in die Kiste irgendwo ein bisschen Redstone ist. Ja, ob bist du. Also hier ist. Ja, ja, ich weiß. Jetzt sag mir nicht, du hast nirgendwo mehr Redstone. Muss ich hier echt runter? In dem Gedanken, dass dort eventuell kein Redstone mehr ist. Ja, dann muss ich halt eben irgendwo einen Spot finden. Ja, ich habe im Haus schon überall geguckt. Ich kann dir auch eine zimmern. Ich kann dir auch eine zimmern. Spruch war schlechter als Wulf-Team. Ich habe hier noch. Und jetzt gerade dabei habe ich gar nichts. Ich bin echt nicht mehr zu retten, oder? Ich sag, ich sag gerade noch, ich habe nichts dabei. Noch nicht mal eine Pickaxe, weißt du? Und will Redstone abbauen gehen. Also wieder nach oben. Ja. Hast du eine Pickaxe dabei? Mindestens aus Eisen. Ja, ja. Welche? Ich bin bescheuert. Da ist doch keine drin. Ach so, die kannst du so rausnehmen. So. Da kommt ein Schaft. Kommt ein Schaft zu dir rein. Schön. Mäh. Nee, ich will nicht. Nee. Ja, ist ja gut. Nee. Junge, 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 Junge. Das glaubst du nicht. Was, zwei? Ja, dann gehen wir jetzt eben zu mir in die Hütte. Ja, dann leg ich mir ein Inventar da in die Kiste. Ja, ich habe meinen Spawnpunkt aber da hinten. Da muss ich wieder komplett zurückklatschen. Ja, hast du doch gerade gesagt. Du kannst aber auch einfach noch... Warum bin ich gerade gewizard worden? Hm. So. Da liegt noch eine Rüstung, wenn du willst. Eigentlich müsste ich ja mal eben das Zuckerrohr abfarmen, ne? Aber nachts... Hm. Das so eine geile Idee ist. Da vorne. Hm? Am Eingang von der Hütte. Oh, Mist. Da habe ich den Boden mit abgebaut. Aber ich... Nimm das... Nee, ich nehme es komplett mit. Oben! Das alte Haus. Hier. Hier liegt eine Rüstung. Da! Mit... Was weiß ich? Ach... So, alles mitnehmen hier. In der Hoffnung, dass mich jetzt hier... Nicht irgendwas umbringt. So. Und klingt das schwul? Ach, Quatsch. Nur ein bisschen. Was hast du denn jetzt gemacht? Ja, ich komme jetzt. Ich habe nur eben das... Zuckerrohr abgebaut. Und baue das hinten an. Ich nehme mein Inventory. Obwohl, wenn ich meinen Spawn da habe, kann es mich auch direkt da als Bett umnieten. So. Bin da. Der kann es nicht sein lassen, ne? Ich kriege da voll den Hass dran. Aber volles Programm, ey. Bitte, bitte. Warum habe ich denn jetzt? Achso. So, ähm... Ich muss die mal kurz hier hinlegen, das Diamond Sword nehmen. Yes, I have a sword, sword. Oh, Server restart. Bis gleich. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal.